Hallo, diesmal ein Praxisbeispiel zum Thema Delegates und Unit-Tests bzw. die Kombination, wo helfen Delegates bei Unit-Tests. Ich habe hier eine kleine Klasse Prime-Generator als Beispiel gewählt. In dieser Klasse gibt es eine Methode getPrimes, bekommt einen Integer bzw. einen zweiten, ab welcher Zahl soll eine Primzahl generiert werden und wie viele hätten wir gern. Ja gut, in dieser Primes-Liste werden die Primzahlen gesammelt und zwar die wird gleich initialisiert mit der richtigen Größe. Wir gehen, wir sagen, solange wir nicht alle gefunden haben, prüfen wir, ob die aktuelle Zahl eine Primzahl ist und wenn das der Fall ist, dann gehen wir in die Konsole aus PrimeFound, damit wir sozusagen einen schönen Fortschritt haben, den wir dann auch immer sehen in der Konsole. Gut, schlussendlich geben wir dann die Liste der Primzahlen zurück. Wie sieht das aus, wenn wir das kurz starten? Einfach so, bei 5 gestartet, die ersten 20 Primzahlen müssten dann das sein. Also ab 5 die nächsten 20 dann. Gut, wenn wir das jetzt testen und ja, der Unit-Test ist jetzt nicht vollständig, dann haben wir hier folgenden Code. Wir haben hier einen Unit-Test, eine Theory, die bekommt, eigentlich sind es zwei Tests. Einmal mit den Test-Daten, wir starten bei 2, eine Primzahl hätte ich gern, dann ist die größte 2, die er findet. Einmal starten wir bei 5, ich hätte gern die nächsten 5 Primzahlen und die größte, die er dann findet, sind 17. Diese drei Parameter werden entsprechend in der Methode reingegeben, das Objekt wird insanziert, die Liste der Primzahlen wird zurückgegeben und wir müssen dann genauso viele in der Liste haben, wie wir auch wirklich finden wollen. Und die größte Primzahl, die prüfen wir auch noch, die muss ganz hinten stehen. Also es muss das letzte Element sein in dieser Liste. Somit der C-Sharp-Range-Syntax. Mir ist vollständig klar, der Unit-Test ist bei weitem nicht komplett, ja, was ist, wenn ich negative Zahlen habe, etc. Vergessen wir das mal. Was ein Dorn im Auge ist, in diesem Fall, ist das Console-Write-Line. Erstens sollen wir in einer Geschichte, wo wir etwas rechnen, nie in die Konsole direkt ausgeben, sondern das anders lösen, zum Beispiel mit Events, das im nächsten Video dann. Aber wenn wir schon so etwas machen, dann möchte ich zum Beispiel im Unit-Test prüfen, ob das auch wirklich gemacht wird oder vergessen worden ist. Also wir wollen im Unit-Test überprüfen, ob das auch wirklich für jede Primzahl aufgerufen wird oder ob wir hier irgendeinen Fehler haben. Jetzt könnten wir die Konsole zwar theoretisch umleiten, aber das ist doch etwas aufwendiger und nicht im Sinne dessen, dass ich hier ja zeigen will, wie Delegates das Problem lösen können. Es gibt aber viele andere Szenarien, wo das sinnvoll ist. Eines, was ihr euch sicher gut vorstellen könnt, ist, ihr baut eine Webseite mit einer Benutzerregistrierung und der Benutzer wird dann eine E-Mail bekommen, wo er seine Registrierung bestätigt. Double-Din nennt man das. So, jetzt wollt ihr den Registrierungsprozess Unit-Test und im Unit-Test wirklich sicherstellen, dass das E-Mail auch versendet wird. Dass das nicht irgendwie in so einer If-Bedingung irgendwo so manchmal vergessen wird. Ja, dann wird es spannend. Im Unit-Test prüfen, ob eine E-Mail wirklich gesendet wird, funktioniert eher weniger. Was aber funktionieren wird, ist, dass man quasi sagt, wird diese Methode wirklich aufgerufen, wenn ich die Methode entsprechend austausche, und zwar nur für den Unit-Test. Und genau das machen wir hier auch. Also wir wollen dieses Console-Write-Line austauschen durch ein Delegate. Also wir machen eine Eigenschaft, das ist eine Action, weil Console-Write-Line liefert ja nichts, das ist eine Void-Methode und sie bekommen einen String, also Action von String, und die nennen wir jetzt die Eigenschaft LogHandler. Get-Set, wir wollen sie setzen und lesen können, und wir sagen, standardmäßig ist die Implementierung Console-Write-Line. Also wir vergeben sozusagen für diese Console-Write-Line nur einen Alias-Namen, einen großen Namen, und der erlaubt das LogHandler. Und jetzt rufen wir nicht Console-Write-Line auf, sondern LogHandler. Der Code funktioniert jetzt genau wie immer. Ich kann starten, ich sehe die Primzahlen, und alles ist toll. Und beim Unit-Test möchte ich genau diese Methode austauschen, durch etwas, was mir beim Unit-Testen hilft. Eins noch, wenn ich hier so ein Delegate habe mit Get und Set, sollte ich sicherheitshalber nachsehen, ob das nicht Null ist. Wenn das ungleich Null ist, dann rufe ich die Methode auf, sonst bekomme ich eine ganz hässliche Narrow-Refense-Exception, wenn ich versuche, ein Delegate aufzurufen, das nicht gesetzt ist. In dem Fall ist es gesetzt, aber ich könnte es ja Null setzen von außen, weil sie Public ist. Gut, jetzt zeigt mir Visa-Studie mit den drei Punkten. Ich kann das auch anders aufrufen. Nennlich so, Name der Eigenschaft oder des Subjekts, Fragezeichen, Punkt, also wenn es Null ist, macht nichts. Wenn es nicht Null ist, dann Invoke, also rufe die Methode auf. Das ist das gleiche wie die IF-Hab-Frage vorher. Ja, das ist das gleiche. Wer sich hier leichter tut, das ist ein Methodenaufruf, ganz normal. Beim Delegate kann man auch mit Invoke machen, beziehungsweise wenn und nur wenn es gesetzt ist. Okay, wie hilft mir das jetzt beim Unit-Test? Beim Unit-Test muss ich mich natürlich vorher, bevor ich das mache, muss ich mich drauf registrieren. Also, Generator.LogHandler. So, und jetzt brauche ich eine Methode, die nichts liefert, aber einen Text bekommt. Nennen wir sie Log-Dummy. Also, Void-Log-Dummy, Dummy-Spring-Text, bekommen einen Text, übergeben. So, und ja, da kommt noch irgendwas rein. So, jetzt habe ich zwar einen Dummy gemacht, das hilft mir aber beim Test nicht. Ich will ja wissen, wenn ich mir den Code ansehe, ich will ja wissen, wird es wirklich für die Primzahl aufgerufen. Also, dieser Event oder diese Log-Methoden, die muss genauso oft aufgerufen werden, wie Primzahlen, die ich suche. Also, irgendwie müssen wir das noch mitzählen und dann checken. Gut, zum mitzählen, wenn ich hier eine Variable definiere, drin, dann fangt die immer wieder bei 0 an. Das wäre blöd, ich brauche demnach eine Klassenvariable. Und LogHunter ist 0. Dann sage ich, wenn Kurzimplementierung LogHunter++ und dann kann ich, nachdem ich das gemacht habe, auch mit AssetEqual abfragen, ob der LogHunter entsprechend häufig aufgerufen worden ist. Also, ich weise hier einfach die Methode zu. Alles toll. Und hier habe ich die Methode implementiert, etwas kürzer mit der Lambda-Syntax ist das gleiche, wie wenn ich das machen würde. nur etwas moderner. Schwupp. Und eine Klassenvariable, die ich vorher auf Null setze. Sicherheitshalber würde ich diese auch hier, LogHunter gleich 0 setzen. Für den Fall, dass ich die Dummy-Logging auch noch woanders brauche. So, jetzt kann ich den Unit-Test hier auch ausführen. Alles wird wunderbar funktionieren. Und ich werde, wenn wir keinen Fehler drin haben, genau, hat der LogHunter genau die Anzahl, wie häufig das passiert. Wir können uns auch durchdebangen und das mal ansehen. Ja, ich brauche den Breakpoint rein, rechte Maustaste, Debug. So, die Methode wird aufgerufen. F11 reingesprungen. So, wenn es eine Primzahl ist, dann ruft er hier den LogHunter auf. Mit F11 reingesprungen. Wenn ja, dann sehe ich, er ruft die Methode hier heraus auf, erhöht die Variable, nimmt die Primzahl auf, sucht die nächste Primzahl. Wenn er sie gefunden hat, ruft er wieder entsprechend die Dummy-Methode auf. Und diesmal hat LogCounter noch den Wert 1. Und wenn ich darüber gehe, natürlich den Wert 2. Also den Wert von letztes Mal hat er sich gemerkt. Und so zählt er mit. Alles wunderbar. Eine Kleinigkeit, die hier natürlich schon ist, der Code ist etwas zerrissen. Der LogHandler und das Dummy-Log ist eine Methode, die ist hier herunten. Ich habe eine Variable hier oben. Ich kann das Delegate logischerweise auch anonym implementieren. Also weg mit Dummy, weg mit LogCounter und weg damit. Breakpoint raus, damit es nicht so komisch ist. Also Integer LogCounter. Und wenn ich das Delegate anonym implementiere, bekommen wir einen Text. Und ich sage einfach LogCounter++. Die lokale Variable jetzt in der Methode. Und es funktioniert genauso. Obwohl ich jetzt sozusagen diese lokale Variable erhöhe, obwohl der LogHandler eigentlich von der anderen Klasse kommt und so. Aber das funktioniert wunderbar. Der wird sozusagen irgendwie so reingegeben. Und jetzt habe ich die Sachen so wirklich beieinander, wie es sein soll. Wie gesagt, eine Variante hier, wie man das machen kann, wenn ich Code habe, den ich nur echt schlecht testen kann, wie zum Beispiel in dem Fall eine Ausgabe in die Konsole. gleiches Werte zum Einlesen, gleiches mit andere Beispiele, die wir schon hatten. WebClient hatten wir ja auch schon. Ja, so weit, so gut. Zu diesem kleinen Beispiel. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns auch mit Events beschäftigen. Und demnach möchte ich dieses Thema jetzt mit ein bisschen dann umbauen auf Events. Und weg von der direkten Ausgabe in diesem Generator. Aber das beim nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.